Der Wuppertaler Sportverein ist ein Sportverein aus Wuppertal. Es bestehen Abteilungen für Handball, Leichtathletik, Beachsoccer, Gymnastik, Fitness, Kinderturnen, Darts, Golf und Tischtennis. Überregional bekannt ist jedoch insbesondere seine Fußballabteilung, die in der Saison 2016 17. in der viertklassigen Regionalliga West vertreten ist. Der bislang größten Erfolg des Fußballabteilung war der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga 1972 sowie die Teilnahme am UEFA Cup im darauffolgenden Jahr. In den drei Jahren der Erstklassigkeit stellte der WSV mit Günther Prepper einen der besten Stürmer dieser Zeit. Der Tiefpunkt folgte 2013 mit der Beantragung der Insolvenz und einem damit einhergehenden Abstieg aus der 4. Liga. Der Verein ist mit etwa 1.400 Mitgliedern nach dem SV Bayer Wuppertal und dem BTV Wuppertal der drittgrößte Sportverein der Stadt. Geschichte Ursprünge des Vereins gegründet wurde der Verein am 8. Juli 1954 durch Fusion des SSV 04 Wuppertal aus dem Stadtteil Elberfeld und der seinerzeit erfolgreicheren TSG Vorwinkel 80 aus dem gleichnamigen Stadtteil. Dabei brachten die Vorwinkler das Rot und die Elberfelder das Blau in die Farben des neuen Vereines ein. Die Vereinigung zwischen den als Vermögender angesehenen Speckjägern aus Elberfeld, deren Vereinsgeschichte rund ein halbes Jahrhundert davor als Bergischer Wintersportverein begann und den Füchsen, die knapp vor ihrem 75-jährigen Vereinsjubiläum standen, war umstritten. Wenn gleich deren Fußballmannschaften schon gelegentlich bei Privatspielen als Kombination aufgetreten waren und so beispielsweise Manchester City mit 2 zu 1 bezwungen hatten. Dem Oberbürgermeister Heinrich Schmeißing werden für seine diplomatischen Bemühungen große Verdienste um die Fusion zugesprochen. 1991 wurde Friedhelm Runge zum Präsidenten gewählt. Er führte den Verein in dieser Funktion bis zu seinem Rücktritt Anfang 2013 über 21 Jahre. Im März 2004 wurde die Fusion der beiden führenden Wuppertaler Fußballvereine, des Wuppertaler SV und des SV Borussia Wuppertal, mit Wirkung zum 1. Juli 2004 beschlossen. Borussia Wuppertal war 1976 aus einem Zusammenschluss von SV Germania 1907 Wuppertal und VfL 1912 Wuppertal hervorgegangen und bis 2001 in der Regel fünftklassig gewesen, hatte aber bis 2004 für drei Jahre davon zwei parallel zum WSV in der vierten Liga gespielt. Farben und Wappen blieben nach der Fusion, die des Wuppertaler SV, die blau-gelben Insignien der alten Borussia verschwanden. Seitdem hieß der Verein Wuppertaler SV Borussia, ehe der Zusatz Borussia auf der Mitgliederversammlung am 24. Mai 2013 mit großer Mehrheit wieder abgewählt wurde, nachdem er in Fangkreisen aufgrund mangelnden Identifikationspotenzials stets umstritten gewesen und auf Mitgliederversammlungen mehrfach thematisiert worden war. Die späteren Fusionspartner SSV Wuppertal und TSG Vorwinkel konnten vor Ende des Zweiten Weltkrieges keine besonderen Erfolge feiern. Lediglich der SSV klopfte zeitweise an größere Ziele an. Ab der Saison 1936-37 still verbrachte der SSV Wuppertal insgesamt fünf Spielzeiten in der Gauliga Niederrhein, der damals mit 15 weiteren Gauligen höchsten deutschen Spielklasse. Nach dem erstmaligen Aufstieg konnte sich der SSV für zunächst vier Jahre in der Gauliga halten, musste sich aber mit Plätzen im Mittelfeld begnügen. Der erste Platz, der zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt hätte, war jeweils in weiter Ferne. In der ersten Kriegssaison folgte schließlich der Abstieg in die Zweitklassigkeit. In jenem Jahr war der SSV chancenlos und verließ die Liga mit nur 6.30 Uhr Punkten auf dem vorletzten Platz. Doch lange mussten die Wuppertaler nicht auf einen Wiederaufstieg warten. Schon im folgenden Jahr schafften sie den Sprung zurück ins deutsche Oberhaus. Gießen ließ die Elberfelder Elfe die beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte folgen. Sie belegten den dritten Platz und waren nur drei Punkte vom großen Wurf der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft entfernt. In einer insgesamt sehr engen Liga standen die Bergischen sogar vor den späteren Erzrivalen von Rot-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf. Größere Taten konnten die Mannen des SSV Wuppertal nicht folgen lassen. Denn wie auch viele andere Mannschaften wurden sie stark vom Zweiten Weltkrieg geschwächt und konnten in der Saison 1942-43 keine Mannschaft mehr auf die Beine stellen. Der SSV Wuppertal in der Gauliga-Niederrhein-Oberliga-Ära nach dem Zweiten Weltkrieg war die TSG vor Winkel zunächst der erfolgreichere Verein. War bereits 1945-46. in der damals erstklassigen Bezirksmeisterschaftsrunde Bergmark vertreten und wurde 1947 Gründungsmitglied der damals wiederum erstklassigen Fußball-Oberliga West. In den ersten beiden Spieljahren konnte bei jeweils 13 Ligateilnehmern der 10. und der 7. Platz erreicht werden. Nach drei Spielzeiten musste vor Winkel allerdings als 14. von nunmehr 16 Klubs in die zweite Liga West absteigen. Währenddessen durfte sich der SSV Wuppertal unter Trainer Fritz Zepan, dem großen Schalker, 1948 eines Aufstieges in die zweite Liga erfreuen. Ein weiterer früherer Nationalspieler, der den SSV trainierte, war ab 1950 Herbert Pohl. Nach der Fusion zum Wuppertaler SV gelang diesen 1955 mit der souveränen Zweitligameisterschaft der erneute Oberliga-Aufstieg. Nach einem 10. und einem 9. Platz folgte im dritten Jahr der 15. und damit vorletzte Platz, der den Abstieg bedeutete. Unter Trainer Robert Zapfgepphardt gab es 1962 ein Comeback, als man zur letzten Oberligasaison vor Einführung der Bundesliga den Wiederaufstieg schaffte. Der große Star des Vereins in jener Ära war Horst Zulmaniak, Teilnehmer der Weltmeisterschaften von 1958 und 1962. Der von 1955 bis 1959 bei den Bergischen spielte und 1956 seine erste Länderspieleinladung erhielt. Ohne Zweifel ist der spätere Italien-Profi der größte Spieler in der Geschichte des Vereins. Bis heute ist er auch der einzige deutsche A-Nationalspieler aus den Reihen der Rot-Blauen. In der Bilanz jener Ära wurde der Wuppertaler SV einschließlich seines Vorgängers in der ewigen Tabelle der Oberliga-West 20. von 29 Vereinen. In der zweitklassigen Regionalliga-West gelang es dem Wuppertaler SV sofort, sich an der Spitze zu etablieren. Bereits in der ersten Saison wurde er Zweiter und mit Ausnahme der Spielzeit 1967-68 gehörte er stets zur Spitzengruppe. Zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde reichte es aber nur 1971-72, als er mit 60 zu 8 oder, nach heutiger Zählweise, 88 von 102 möglichen Punkten souveräner Meister der Regionalliga-West geworden war, wobei allein Günther Meister Pröpper 52 der 111 Tore erzielte. Der WSV gewann in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga alle acht Partien, eine in der von 1964 bis 1974 währenden Geschichte der Aufstiegsrunde. Einmalige Leistung Die Mannschaft unter Trainer Horst Butz Gustav Jung, Günther Pröpper, Heinz Dieter Lem Der WSV belegte in seinem ersten Jahr im fußballerischen Oberhaus einen viel beachteten vierten Platz, der die Qualifikation zum UEFA-Pokal bedeutete. Pröpper stellte auch hier seine Klasse unter Beweis und wurde mit 21 Toren Dritter der Torschützenliste, nur die legendären Gerd Müller und Jupp. Heinckes trafen in dieser Saison häufiger. In der ersten Runde des UEFA-Pokal 1973-74 zeigte sich aber, dass die Bäume für den WSV nicht in den Himmel wachsen würden. Der allgemein als schlagbar betrachtete Gegner Ruch Ciorso aus Polen sorgte bereits im Hinspiel mit einem 4 zu 1 für klare Verhältnisse. Das Rückspiel im bislang einzigen Europa-Pokalspiel im Stadion am Zoo zog gerade noch 13.000 Zuschauer an. Die Aufholjagd, in welcher der WSV einen 1 zu 3 Rückstand noch in einen 5 zu 4 Sieg umbog, hätte wohl größeren Zuspruch verdient, bedeutete aber trotz allem das Aus. In der Bundesliga wurde in dieser Spielzeit Heinz Dieter Lem zum großen Helden. Sein Tor in der 82. Minute des letzten Spieltages in Stuttgart sicherte den Bergischen aufgrund der besseren Tordifferenz ein weiteres Jahr in der deutschen Elite-Liga. 1974-75 musste sich die als überaltert angesehene Mannschaft aber als weit abgeschlagenes Schlusslicht in die zweite Bundesliga verabschieden. Der Wuppertaler SV erreichte in dieser Spielzeit nur 12 Punkte und damit nur viel mehr als der SC Tasmania 1900 Berlin in dessen Saison der Negativ-Rekorde. Damit manifestierte sich der Klub als zweitschlechtester Bundesliga-Absteiger aller Zeiten. Vielleicht die letzte große Erinnerung aus jener kurzen, goldenen Zeit des WSV ist der 3 zu 1 Erfolg am 5. Spieltag der Abstiegssaison über den FC Bayern München um Franz Beckenbauer, der damals den Weltfußball dominierte, im nationalen Vergleich aber nur auf Sparflamme kochte. Der Wuppertaler SV konnte nach dem Abstieg aus der Bundesliga für weitere fünf Jahre wenigstens noch die Zweitklassigkeit aufrechterhalten. In der Saison 1976-77 konnte sogar noch einmal an einen Wiederaufstieg angeklopft werden. Doch durch unnötige Punktverluste konnte der Abstand auf Platz 2, der zur Teilnahme am Relegationsspiel berechtigt hätte, nie auf weniger als zwei Punkte verringert werden. Besonders schwer wog das 1 zu 1 Unentschieden am 34. von 38 Spieltagen gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld im eigenen Stadion. Man konnte sich sogar noch glücklich schätzen, da der Bielefelder Christian Sackiewicz die Gastmannschaft in der 85. Minute in Front brachte. WSV-Stürmer Rainer Budde glich zwar nur eine Minute später aus, doch der dringend benötigte Siegtreffer blieb aus. Somit belegte man in der Abschlusstabelle den dritten Platz drei Punkte hinter den Ostwestfalen. Seither ist der WSV vornehmlich in der dritten Liga anzutreffen, wenn gleich noch einmal Anfang der 90er Jahre. Ein kurzer Ausflug in die zweite Bundesliga gelang. Andererseits musste man aber um die Jahrtausendwende vier lange Jahre in der vierten Spielklasse verbringen. Diese Zeit lag den Wuppertalern besonders schwer im Magen, war doch in der Saison 1998-99. sportlich alles im grünen Bereich. Grund für den Abstieg war hingegen die Nichtbezahlung von Berufsgenossenschaftsbeiträgen, für die der Vorstand des WSV stark kritisiert wurde. Der Wiederaufstieg wurde im ersten Jahr von einer Aufstiegsrunde und im zweiten und dritten Jahr von den Amateurmannschaften Bayern 04 Leverkusens und des 1. FC Köln vereitelt, die den WSV teils äußerst knapp, teils deutlich distanzierten. Nachdem letztendlich der Aufstieg in die drittklassige Regionalliga Nord gelang, wurde fünf Jahre vergeblich versucht in die zweite Bundesliga aufzusteigen. In der Saison 2006-07 trennten die Wuppertaler gar nur 20 Minuten von der lang erwarteten Rückkehr in den Profifußball. Im Spiel gegen Kickersämten stand es bis dorthin durch Tore von Maikrit Pietsch und Tobias Damm 2 zu 1 für die Heimmannschaft. Doch deren Kräfte schwanden und unter anderem ein Eigentor von Michael Stuckmann drehten das Spiel noch zu einem 2 zu 4 Auswärtssieg für die Ostfriesen. Jedoch drehte auch der VfL Osnabrück noch seine Heimparty, wodurch der WSV selbst im Falle eines Sieges den Aufstieg verpasst hätte. In der Saison 2007-08 verpasste man den groß angekündigten Aufstieg ebenfalls und musste sich mit der Qualifikation zur neuen, eingleisigen dritte Liga begnügen. Vollkommen enttäuschend verlief jene Spielzeit jedoch nicht. Denn im DFB-Pokal qualifizierte sich der Wuppertaler SV nach Siegen über den FC Leerzgebirge Aue und Hertha BSC für das Achtelfinale, in welchem er gegen den FC Bayern München mit 2 zu 5 ausschied. Das Spiel in der Gelsenkirchener Feldhins Arena war mit 61.482 Zuschauern ausverkauft und stellte somit einen neuen vereinsinternen Zuschauerrekord auf. Nach 1963 war dies die zweitbeste DFB-Pokalsaison des WSV. In der neu gegründeten dritte Liga, der dritthöchsten deutschen Profiliga, konnte in der Saison 2008-09 jedoch erst am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gesichert werden. Schon in der darauffolgenden Spielzeit musste der Abstieg in die Regionalliga Westen genommen werden. Seit der Saison 2010-11 spielt der WSV in der viertklassigen Regionalliga West. Die zweite Mannschaft spielt in der Niederrheinliga. Aufgrund ausbleibender sportlicher Erfolge und unerreichter Zielsetzungen gab Präsident Runge noch vor der Winterpause der Saison 2012-13. allen Spielern die Möglichkeit, den Verein auch trotz laufender Verträge zu verlassen. Zudem wurde ein künftiger Rückzug aus der Regionalliga nicht ausgeschlossen. Nur wenige Wochen nach dieser Pressemeldung gab Friedhelm Runge zudem bekannt, von seinem Posten als Vereinsvorsitzender zum 12. Januar 2013 zurückzutreten. Damit reagierte er auf anhaltende Anfeindungen seitens der Fanszene sowie eine zunehmend kritische Berichterstattung. Zudem war von mehr als 200 Wuppertaler Fans eine Rücktrittsaufforderung unterzeichnet worden. Als Folge dieser Entscheidung traten auch Finanzvorstand Lothar Stücker und Verwaltungsratsmitglied Dietmar Grabutin mit sofortiger Wirkung zurück. Anfang März 2013 ist der Riemscheider Unternehmer Klaus Matthies zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt worden. Zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Manager Tobias Gebert. Beide sollten bis zur nächsten Jahreshauptversammlung gegen Ende des Jahres im Amt bleiben. Am 6. Mai 2013 ist Tobias Gebert allerdings von seinem Amt als zweiter Vorsitzender zurückgetreten. Bei der am 24. Mai 2013 einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden alle von der Initiative WSV 2,0 aufgestellten Personen in den Verwaltungsrat des Vereins gewählt. Der einzige nicht der Initiative angehörige Kandidat erhielt deutlich weniger Stimmen und verpasste einen Einzug in den Verwaltungsrat. Zusätzlich wurde bei dieser Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit das bei den Fans unbeliebte Borussia aus dem Vereinsnamen gestrichen. Aus der Mitgliederversammlung ging zudem hervor, dass der jahrelange Hauptsponsor MK, den Runge als MK-Geschäftsführer und WSV-Präsident zum Verein gebracht hatte, ab der Saison 2013 14. nicht mehr für ein Sponsoring zur Verfügung steht. Kurz darauf fanden zudem Wahlen für den neuen Vorstand statt. Der bisherige Präsident Klaus Matthies hatte gegenüber dem Verwaltungsratsvorsitzenden Stefan Kirsch-Sieper seinen Rücktritt erklärt und machte Platz für die Kandidaten der Initiative WSV 2,0, die bereits den Verwaltungsrat des Vereins stellt. Als Vorstandsvorsitzender wurde Alexander Eichner gewählt, ihm zur Seite stehen Finanzvorstand Lothar Stöcker und Sportvorstand Achim Weber. Auf einen Präsidenten wird künftig verzichtet. Auf einer Pressekonferenz am 4. Juni wurde bekannt gegeben, dass der Verein wegen Zahlungsunfähigkeit eine Insolvenz beantragt hat. Das Amtsgericht Wuppertal gab am 1. Juli die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bekannt. Der Plan des Vorstands sah einen Neuanfang in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein mit einem Kader aus reinen Amateurspielern vor. Die Zweitvertretung des WSV wurde dadurch in die Landesliga Niederrhein versetzt. Am 7. Juni wurde Peter Ratjewski erneut als Cheftrainer der ersten Mannschaft vorgestellt. Nach einer 1 zu 3 Niederlage gegen die Sportfreunde Baumberg und die damit dritte Niederlage in Serie wurde Ratjewski am 16. Februar 2014 von seinen Aufgaben entbunden. Die Präsidenten des WSV 2013 bis 0000 Klaus Matthies nach Beschluss der Initiative WSV 2,0, die seit Ende Mai 2013 sowohl den Verwaltungsrat als auch den Vereinsvorstand besetzt, wird vorerst kein Präsident mehr eingesetzt. Matthies war kurz vor den Vorstandswahlen zurückgetreten. Fußballabteilung In der Saison 2015-16 spielte die zweite Mannschaft des Wuppertaler SV in der achtklassigen Kreisliga A Wuppertal-Niederberg. Dort belegte sie mit lediglich fünf Punkten den letzten Platz und stieg somit zum vierten Mal in Folge ab. Im Juni 2016 war noch nicht bekannt, ob die zweite Mannschaft in der Folgesaison in der Kreisliga B antreten oder aufgelöst wird. Der Fußball-Junioren-Bereich umfasst beim Wuppertaler SV im unteren Leistungsbereich die Mannschaften von der U9 bis zur U14. Die Mannschaften von der U15 bis zur U19 gehören zum oberen Leistungsbereich. Seit mehreren Jahren verfügt der Verein über ein eigenes Jugendleistungszentrum an der Nevegeser Straße. Leiter des Junioren-Bereichs ist Räufe-Dur. Aushängeschild des Vereins bei den Junioren ist die A-Jugend, die nach dem Wiederaufstieg 2013 zum insgesamt vierten Mal der U19-Bundesliga-Staffel West angehört. Die Saison 2015-16 beendete die Mannschaft in der U19-Bundesliga-West auf Platz 11 und schaffte am letzten Spieltag mit einem 1-0-Sieg gegen Preußen. Münster den Klassenerhalt. Derzeit trainiert der ehemalige U17-Trainer Muel Mimumi die Mannschaft. Die B-Jugend-Mannschaft spielt in der Saison 2013 vierzehntel in der B-Junioren-Niederrhein-Liga und wird trainiert von Christian Durr. Die U17-B-Jugend des Wuppertaler SV spielte in den Saison 2008-09 und 2010-Elftel in der U17-Bundesliga-West. Erfolge Platzierung in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga. Platzierung in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga. Teilnahme am UEFA-Pokal 1973-74 still. Bundesliga 1972-1975. Oberliga West 1955-1958 1962-63 still. DFB-Pokal-Halbfinale 1963. Meister der Oberliga-Niederrhein und damit Aufstieg in die Regionalliga West. Der Mittelstürmer Günther, Meister Pröpper, beim WSV von 1970 bis 1979, ist das Aushängeschild der letzten großen Glanzzeit der Bergischen Löwen und sicherlich auch der populärste Spieler aller Zeiten des Vereins. Wohl auch wegen des seinerzeitigen Überangebots von Weltklassestürmern in Deutschland blieb ihm die Berufung in die Nationalelf verwehrt. In der Bundesliga erzielte er in 87 Einsätzen 39 Tore für den WSV. Nach Pröpper ist auch das Vereinsmaskottchen Pröppi benannt. Der Aus-OER-Erkenschwäch, von dort kam etwas später auch Torhüter Helmut Domegela zum WSV, stammender Außenläufer Horst Schimmis-Zümaniak. Beim WSV von 1955 bis 1959 war als zweifacher WM-Teilnehmer der wohl bedeutendste Spieler, der für den Verein auflief. Er war auch der einzige Wuppertaler Spieler, der während seiner Zeit beim WSV zum Nationalspieler avancierte. In seiner Zeit in Wuppertal spielte er 20 Mal im Adler-Dress und erhielt insgesamt 43 Berufungen. 1964 gewann er mit Inter Mailand den Europapokal der Landesmeister. Ferner verdienen Beachtung. Alfred Kopi, Beck, ein Länderspiel für Deutschland. Theo Kolkenbrock, Jugendauswahlspieler. Günther Augustat, A. Jugendnationalspieler. Erich Hase, ein A-Länderspiel für die DDR. Erich Pruppst, 19-facher österreichischer Nationalspieler von SK Rapid Wien, WM Dritter 1954. Eben dort Zweiter der Torschützenliste mit sechs Treffern. Er erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen beim WSV aber nur bedingt. Erich Rebeck spielte schon für den SSV und den WSV. Als Trainer bei Rot-Weiß-Essen setzte er Günther Pröpper auf die Bank. Woraufhin sich dieser zum Wechsel nach Wuppertal entschloss. Vito Sauer, Junioren-Nationalspieler. Gustav Jung, Rekord-Bundesligaspieler des WSV. Eusif Wagga, rumänischer Nationalspieler von Willy Neuberger, Platz 8 in der Liste der meisten Spiele der Bundesliga-Geschichte. Waldemar Xenzyk, ein Länderspiel für die DDR. Serdar Kesimal, aktueller türkischer Nationalspieler, spielte für Jugendteams des WSV. Mahersalik, Regionalliga-Torschützenkönig des WSV. Danach Einsätze für Erst- und Zweitligisten. Weitere Abteilung. Die Handballabteilung des Wuppertaler SV feierte ihre größten Erfolge in den 90er Jahren. 1995 stieg der Wuppertaler SV in die zweite Bundesliga Nord auf, in der eine Saison parallel mit den Lokalrivalen LTV Wuppertal gespielt wurde. Der WSV erreichte Platz 17 und stieg sportlich somit ab, wohin gegen der LTV Wuppertal mit dem achte Platz die Klasse hielt. Die beiden Vereine fusionierten nach dem gemeinsamen Jahr in der zweite Liga zur HSG LTV WSV Wuppertal und spielten mit der Lizenz des LTV in der 2. Bundesliga Nord. Als Ziel wurde der Aufstieg in die erste Bundesliga ausgegeben, welches schon nach einem Jahr der Zusammenarbeit erreicht wurde. Die Saison 1997-98 sollte die bedeutendste Saison der Handballabteilung des Wuppertaler SV werden. Der LTV WSV Wuppertal erreichte einen sensationellen achte Platz. Nach der Saison wurde die Spielgemeinschaft aufgrund interner Querelen aufgelöst. Der Wuppertaler SV verschwand von der Bildfläche, wohingegen der LTV unter dem Namen HC Wuppertal noch weitere drei Jahre in der Elite-Liga verblieb. Zahlreiche bekannte Handballgrößen zierten das Team der HSG und des späteren HC. So waren unter anderem Joachim Kurt, Krischah, Hannevald, Olafur Stefansson, Dagur Sigurdsson, Stigrasch, Wego Sigurdsson, Dimitri Filipov und Jens Tietke Bestandteil des Teams. Auch Bob Hanning machte in Wuppertal Station. Kurz nach ihren Bundesliga-Zeiten wurden die Herrenmannschaften des Wuppertaler SV aufgelöst. Erst in der Saison 2019 konnte, hervorgehend aus der eigenen Jugendarbeit, wieder eine Herrenmannschaft in der Kreisklasse an den Start gehen. In der Saison 2013-14 geht die erste Herrenmannschaft nach zwei zwischenzeitlichen Aufstiegen in Folge in der Bezirksliga an den Start, während die erste Damenmannschaft nach dem Aufstieg 2013 in der Landesliga antritt. Insbesondere in den 1960er Jahren kamen die ursprünglich vom SSV Wuppertal in den Gesamtverein eingebrachten Leichtathleten zu internationalem Ruhm. Sie nahmen in jener Zeit an Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften teil und gewannen dabei zahlreiche Titel. Bekannt sind hier unter anderem die folgenden Leichtathleten. Manfred Kinder, 400 Meter Läufer, Europameister, Olympia-Medaillengewinner, Deutscher Meister. Maren Collin, 100- und 200-Meter-Läuferin, Vize-Europameisterin, Deutsche Meisterin. Ruth Limbach, 100- und 200-Meter-Läuferin, Deutsche Vizemeisterin. Die Tischtennisabteilung integrierte 1960 den selbstständigen Verein Barmer TTC Blau-Weiß-Gold, der 1952 aus der Tischtennisabteilung von Gold-Weiß-Wuppertal entstanden war und dessen Damenmannschaft 1957 und 1958 bei den Deutschen Meisterschaften jeweils auf Platz 4 kam. Bekannte Spielerinnen waren Ingen Süßmann, Lore Sellerberg-Krämer, Monika Viskant und Isolde Voschee. 1956 stieg die Herrenmannschaft in der Besetzung Kurt Braun, Birk Greis, Jäger, Schröder und Heinrichs in die Oberliga, die damals höchste deutsche Spielklasse, auf. Zu Beginn der Saison 2014-15 gründete der WSV eine neue Abteilung Tischtennis. Der WSV übernahm dabei die Tischtennisabteilung des Harzfelder Turnvereins.